Nicht mit dieser von innen, sondern von außen. Weil wenn du von innen, dann bleibt alles drin, weißt du? Nimmst du mit dieser von außen und tust du hier rein. Geil. Und dann vermischst du das? Ja genau, vermischen bis das geschmolzen ist. Bis das geschmolzen ist. Genau. Und dabei nimmst du Curry. Curry? Curry. Drehst du ein bisschen langsamer. Langsamer drehen? Genau. Diese Trempe. Genau. Dann Kurkuma. Kurkuma auch. Kurkuma macht komplett lecker. Das ist Kurkuma. Kurkuma ist aus Bäumen. Pfeffer. Und ganz wichtig, Paprika. Das muss man nicht vergessen. Und jetzt kannst du mit Salz machen, aber Salz hat keine Gewürze und deswegen du musst mit Gewürze suchen. Weißt du das? Das ist Vegetta. Vegetta vom Jamboll Set. Nein, nein, das ist Vegetta, das ist Salz mit Gewürze. Guck, jetzt tust du es hoch.